Lamori, ich hab grad Organ gesehen Ich hab grad dein Auge in deinem Mund gesehen, was machst du denn da? Wir haben die Götter nicht mit drin, oder? Lamori, was machst du denn da? Also, nehm die Taschenlampe, Arschgeige Ja, wie nehm ich die? Unten, die, unten, die ist stark, mach rechtsklick drauf Ach so Mit E und mit G schmeißt du Sachen weg So, hier hab ich dieses stabile Gerät EMF-Räder Ja, wie kann ich jetzt nicht schleichen, du dummer Bass, wie geht das? T, C Digga, mach doch ein Naruto ran ein Schwert Ich hab Kamera, ich hab Kamera, ist Kamera gut, muss man haben Ey, die kannst du platzieren, dann kannst du hier drüber Auge drücken Alter, ich hab nen Taser bekommen, auch mit ner Schacht dem Junge Das ist, das ist Thermometer Ach so Also, hier siehst du deine geistige Ja, wie platzi ich Kamera, mit welcher Taste F? Ach so, okay, gut So, ich hab den Taser, ich taser dich jetzt so Du musst aber bevor du Kamera platzierst, rechtsklick machen, damit grüne Punkt leuchtet Also hier siehst du Warte, hier siehst du dein Gehirr? Hier siehst du dein Gehirr? Der Geist lutscht es manchmal ein bisschen leer, wenn es leer ist, bist du tot Wie? Also, ach, wenn es leer auf Null ist, bist du tot Also hier ist EMF-Reader Was für EMF-Reader, was ist das in seinen Amuna-Räumen? Wenn Geist, wenn Geist sagt Amuna-Chachtem, Alter, dann wird es Du siehst, 1 Punkt und wenn Geist ausrastet, wird es 5 Punkt Wie 5 Punkt, also muss ich dir ein Zucuk mit Eirern reinknallen, wenn 5 Punkte da sind Na, na, dann heißt, fuck Ach so, geh wegrennen, oder wie? So, da steht entdecken sie über welche Art Geist es sich handelt Also, dann drück mal J Amuruk, wie heißt der Geist Amuna-Räumen? Bestimmt türkischer Geist, sag dir wie es ist Amuna-Chachtem, Junge, sag dir Ne, drück mal J, Alter Johnson Ich bin, ich bin auch voll Arschloch Amuruk, was machen wir hier? Geisterjäger, wir sind Ghost-Hunter, blöd Die nachholen Amuruk, Alter, warum kommen Geräusche Amuna-Räumen? Sagen wir so, wenn Taschenlampe flackert, bist du gefickt Ach so, okay, gut Da rastete meistens aus Warte, lass uns unsere Häuser checken, blöd Also, bei Kälte kommt er auch, oder? Könnt sein Also, wir müssen in einen Raum, wenn kalt ist, dann müssen wir in den Raum gestern Amuruk, wie machst du mit Taser und Licht, wie machst du das? Ich hab bei Serat geguckt, der hat Taser angehabt und Licht angehabt Tempomat und so einen Scheiß, wie machst du das? Drück T Warum T? Drück einfach ohne Taschenlampe Ah, okay Okay, ich hab verstanden, Amuna-Räumen Salach Salach-Sensum, ne, dann will ich Amuruk ist gerade im Tygus-Tour gegangen, Amuna-Rumen, wo bist du? Ich hab die Tür aufgemacht, blöd Ich muss sagen, das ist sehr, 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 sehr Wo ist Anne Frank, Anne Schrank? Kenneth Johnson Halt die Fresse, Wichser Hey, R101 Kenneth Johnson, wo bist du? Buche, ich mach 5,99 Euro für dich, gar kein Problem Morok, halt mal die Fresse Na, Morok, der kommt doch sowieso nicht Und wie der kommt, wir haben 5 Minuten Zeit alles Willst du noch einen Jumpscare? Okay Wie anders Bahnig, also es gibt keinen Jumpscare Soll ich dich alleine im Haus lassen? Siehs gleich Soll ich dich alleine im Haus lassen? Äh, du kannst alleine bleiben Ich geh nicht alleine im Haus Soll, wir müssen, wir gehen hoch, Arschloch Hoch, okay, dann geh du voran Komm mit! Ja, okay, geh du vor Woher soll ich das denn wissen? Geh du mal vor Raus Hast du das Geräusch gehört, Arschloch? Wenn du wieder mit dem redest, ich f*** dich an, Mann Warte, ach du Scheiße, Morok, Morok Du hast mies provoziert, ihm gefällt das Tujuk nicht Wie, gefällt nicht, woher weißt du das? Bruder, hier für 15 Sekunden Geisterstärke, 9 von 10, blöd Siehst du diese Arschloch? Der Rasse, je höher die Stärke, umso beschissener Schau, er hat dich schon ein bisschen leer gelutscht 5 Prozent, dass du verlor Warum? Weil du ihn angepisst hast, du wichser Wieso nimmst du keinen Zuzuka an, Mann, Arroll? Ich mach keinen Preis mit dem Kenneth Johnson So, wir gehen hoch, Arschloch Als ob wir jetzt hochgehen, Mann, Arroll Der ist doch schon wütend Wir müssen, weißt du, in welcher Art das ist Okay, wir müssen heraus mit welcher Art Ja, wir sterben müssen in Ordnung, ne? Ja Gut Habe ich euch jede Zeit, die ganze Scheiße Lasst die Tür auf, Arschloch Ich sag mal so, wenn Taschenlampe flackert, schließt ihr die Tür meistens ab Und wir können nicht mehr raus Das ist okay Und da sind wir gefickt Das ist dir, Armanarroll, wo bist du? Was machst du? Und dann hat er checkt dann Wo es tat mit Licht Äh, 8 Grad, Digga, hier ist irgendwo 5 Achst du, 8 Grad, hier ist gar keiner Ich sehe 5 Grad Celsius Was für 5 Grad Celsius, Digga? Guck bei mir rein, Armanarroll Ja, schau mal nach hier drüben Jetzt ist ich wieder weg Ey, jetzt ist 7 Grad Hörst du dich bitte? Bruder, Hamza lacht sich mit Safe-Karten-Ast ab, weil ich schon Ja, Günther hat alle Lichter zurückgemacht, sonst Stromrechnung zu hoch, ja Wollah, er hat gerade Strom ausgemacht Wollah, Baby, er hat Strom ausgemacht Ab nach einem Jungs! Oh, hast du Kira Armanarroll, Junge? Da ist jemand Armanarroll Ich schwör dir auf alles, Mann Das war der gewesen, Mann Der jetzt war der Schatten Armanarroll Hast du gesehen? Ich schwör, ich hab gesehen Lammurro, Alter Ich verkauf doch kein Tsujugo-Aram Ab bist nicht Armanarroll Warum bist du schwarz Armanarroll Ach, Digga Hamza, mach mal kurz Clip Lammurro, Alter Lammurro, Alter Da war da wirklich gewesen Armanarroll Ach, Hamza, mach mal Clip von dem Moment Wo Murat gesagt hat Wenn der Jumpscare nicht da ist, mach keine Angst Hast du jetzt gesehen, deine Jumpscare? Lammurro, Alter, Armanarroll Ich hab dich wirklich gesehen Armanarroll Hast du Tür auf? Hast du Tür aufgemacht? Ja, nein Armanarroll, der wilder Naschloch Mach Geisterbox aus, Wichser Wer ist hier? Ja, natürlich Das ist der hier, Digga Ich hab den gesehen Wie sah aus? Waren nur Schatten Oder hast du noch Körper gesehen? Ne, der sah so aus wie so eine Hexe War so fett Ne, eine Hexe Verkruppelte Hexe Ganz einfach Sollen wir Dünne, verkruppelte Hexe Ich will nicht mehr weitergehen Ich will einfach hierbleiben Bruder, wir bauen hier Neue Leben auf Ich schwör Ich schwör, dich einig ist sogar Seure sicher Rein logisch Morag, wir machen Wir schlagen ein Loch in die Wand Und bauen Shisha Waren Okay, wir bauen Shisha Waren Morag, wir gehen jetzt raus, Bruder Vollgas Und kommen nicht mehr zurück Na ja, ich hab Also, da haben wir Glück, ja Hast du vollkommen recht zu sein, man Da bedanke ich mich Amorukata, geh raus, Amarna-Räumen Willst du nicht mehr, Amarna-Schachte? Der war hier gewesen, Amarna-Räumen Er war hier gewesen Wir holen Kamera Ah, das war dein Das war dein... das war dein... das war dein... das war dein Dings von dir Das war dein... das war dein... das war dein Dings von dir Wer ist das, ne? Wir holen jetzt Kamera Okay, Amarna-Räumen Nicht umdrehen Ach so Nicht umdrehen Fickt uns noch, ich sag dir Vor allem, das ist ja noch... Einfaches... Bruder, das ist ja noch... Anfänger-Schwierigkeit Es gibt ja auch noch Profi oder so Ja, das... warum haben wir nicht Profi gespielt, Mann Hab ich noch nie Will ich auch nie Warum nicht? Vor allem, das ist grad mal Street House, Bruder Es gibt ja auch noch Asylum oder Highschool Das ist ja noch beschissener So, Abfahrt, wir gehen rein, Arschloch Wollen wir mit dem reden oder nicht? Nein, wir reden... Nicht Ich bei mir läuft grad... Ja? Ghosts hat mal rein Wer ist... wer ist BDSD-Sender? Achso... Gründer 1, Monat haben wir noch mal... Ach der... Oha... Bruder, was bin ich eigentlich? Ich bin Streaming-Partner, also halt mal Fresse, Bruder Das ist ein Landteil Also, mach doch ein A-F-A-Sozial Oha... Komm rein, Arschloch Wo ist der? Der ist oben Oben oder unten? Überall... Der f***t uns Anastos ist die Kim... Abo... Lang, Morok, alter Also, Kamera 1 ist platziert, Arschgesicht Super, dann wieder runter, oder wie? Kannst du auf den Bus gucken, oder nicht? Das hab ich doch das her das letzte Mal gesehen Kann man Huuu... Amorok, was machst du? Abo... Amorok, amorok, schacht dem... Gatsch, 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 gatsch Gatsch, 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 gatsch Was? Wirklich? Nicht im Ernst, oder? Morok, teils nix Da war Brand gewesen, ich schwör auf alles, jazelle mir, alter Ich schwör auf, jazelle mir, digga, es brandt, man, ich schwör... Bruder, so hässig, sag doch... Morok, ich schwör, wollah, der f*** dich ja rein Du gehst rein Ich schwör... Nein, du gehst rein, ey, geh da nicht rein alleine Äh... Warte, brauchen wir ein Foto Morok, du wolltest dem Sujung verkaufen, Wichser Ja, Morok, woher soll ich wissen, dass der Brand ist, man? Wir haben gar nichts Weder EF noch uns was Morok, wir müssen Serrat herholen, der ist Profi Streamt der Wichser? Weiß ich nicht Ne, der... was macht der? Ja, Mann Der freut sich ein Er macht gar nichts Der wichst sich ein, Digga, oder was? Mhm Morok, wir müssen da wieder rein Ich hab gecallt gesagt, du hast gewicht gesagt Morok, wir müssen da wieder rein, Abfahrt Du hast doch Günther provoziert Soll ich sprich dir sein? Ken Johnson Ja, hier draußen reagiert mich Where are you now, motherf***er Jetzt geh mal rein und sag das nochmal Aufhören Mhm Ich dachte, das ist wirklich, ne? Geh ins zweite, erste Stock Erste Stock, Arm und Arroy, musst du machen Ken Johnson, why I know Motherf***er, oh Oh Hashtag der Arm und Arroy Hashtag der Arm und Arroy Möge, mach auf Arm und Arroy Möge, er hat Tür abgespernt, ich kann nicht aufmachen Ein Arm und Arroy Ich hab so eine Arm und Arroy Ich hab so eine Arm und Arroy Lange mache, kannst du an das Arm und Arroy Du hast ein Blattes Tür so gemacht, oder? Keine Zeit, du wächst da Ja, Ravich, du Hund Wir müssen da wieder rein, wir müssen Brand identifizieren So, Abfahrt, wir nehmen zweite Kamera mit Ich brauch nochmal eine Die platzierst du jetzt Oh Warte, ich nehm UV-Lampe mit Hörst du Wasser? Ich hab abgetroppt Meine Kamera Was jetzt? Ich hab mein Dings weggemacht Mordok, hörst du Wasser? Ich guck mal, ob da was sagt Nö Nein Ja, ich hör auch Wasser, ich hör auch Wasser Du hast doch die Kamera abgestellt, oder nicht? Wieso stellst du die Kamera so an meiner Räume? Ich hab zwei jetzt hier drin Achso, ja gut, dann lass wieder runter, oder nicht? Warte mal Ich hab grad die ganze Zeit drei gefährt, Baba Der sagt nischt Der sagen tut da nischt Da vier Grad Da an der Wand vier Grad, der gammelt da Drei Grad Wo gammelt der? Wie siehst du den? Wie siehst du den? Ja, mit Thermometer Jetzt ist er wieder weg Wieso siehst du, wo er ist, an meiner Räume? Ja, ich kann, ich rate Mordok, ich glaube, wer Riecht sie? Ja, ich würde erst nach unten gehen Ich würde erst nach unten gehen und gucken Mordok, ich dachte, er hat immer gerade gefurrt zu an meiner Räume, ich schwör Ja, das hab ich mir vorhin auch gedacht Ich hab hier die ganze Zeit nen Herzschlag Also Gefriertemperatur bringt der Wechsel nicht Wir nehmen ein Buch mit und eben Wo ist eben ein Mörf-Anschloch? Kenneth Johnson heißt der Kenneth Johnson Mordok, halt die Fresse bitte Wo bist du, Brandt, an meiner Schachtel, Junge? Ich fahr bitte zurück an meiner Räume Kenneth Johnson Kenneth Johnson Kenneth Johnson Na Mordok, kommst du dir, an meiner Räume? Das war der Plan, dass ich eine Produktion verraten Na Mordok, du hast sie zugemacht, an meiner Räume, was ist das? Na Mordok, komm rein Ich hab bei Kenneth Johnson, kommst du sowieso hier Hast du gerade gehört? Na Mordok hat der Tür aufgemacht, an meiner Räume? 2 Ich hab 2 EMF 2 Ja, der ist hier Der ist hier, an meiner Räume, ich schwör dir Wann sie richtig, ob er hilft nicht? Na Mordok, ich verkopfte die Sucuk, ich geb dich kostenlos an meiner Räume Verpiss dich An meiner Schachtel, nicht nicht, verpiss dich Verpiss dich Verpiss dich Verpiss dich Ne, du mal IC Kannst du nicht IC reden? Doch, ich bin IC. Ich bin IC. An meiner Räume Ich bin IC. Wollen wir raus? Was weiß ich denn, Mordok, wir können auch Shisha-Bar bleiben Wollah, Shisha-Bar, Shisha-Bar Wollah, Habibi hat er Ich glaub, er ist da, an meiner Räume Ey Murat Wie heißt er? 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 Oder was? Habibi Vlogsberg Habibi Vlogsberg, wo bist du am meiner Räume? Kenneth Jonesen Kenneth Jonesen Licht ist aus am meiner Schachtel Am Mordok, wir haben das so sehr provoziert, dass er kann sein Du Wie ich? Mann, der kann frei die Türen hier auch aufmachen, wir müssen zuhalten, wenn der kommt Wir müssen zuhalten Jetzt bringt er ja nicht, wenn wir zuhalten Tschüss Der brennt halt gerne Der brennt halt gerne Ich hab eh mit mir Am einer Räume 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 Wer hat das wieder? Morgen, ich hör dich schon über Discard Ich schau dir grad über das Ding zu Stream Am Mordok, warum lieg ich hier? Du bist dort? Ich bin weiblich am einer Räume ach was da bin ich jetzt der geist oder was günther riecht doppel mit apfel ich will noch ein schrank ist ja du schau dumm die scheiße also rennst du raus während dinge der kamera platziert ist alles passiert ist im buch glaube ich wenn licht flackert ist die tür immer abgesperrt kann ich am rechnerrand kann ich überhaupt was machen sagen ich kann den geist suchen und sagen wo er ist wahrscheinlich das geschossen das ist offen wenn ich nicht mehr flackert ich habe gesagt ich habe vier prozent ich hab mich herr genutscht er hätte gar nicht viel fragezeichen ach du nimmst tablette oder was ich habe dir gesagt habe ich mir bloßberg vor der bruder das mich geärgert also bist du alleine am an der räume ich scheiß mache ich die mf geisterbox der geistort wissen ja tschüss abfahrt amok du verpasst dich ja wirklich einmal nach oben motokabibi bloßberg er schaut mir jetzt zu им jeb Bis zum nächsten Mal.